Ja, hallo, schönen guten Tag. Fritz Schrammer ist mein Name. Die meisten werden mich kennen als Oberbürgermeister dieser Stadt, Köln. Und das habe ich fast zehn Jahre lang in dieser Stadt machen dürfen. Bei der Gelegenheit habe ich natürlich immer wieder in verschiedensten Gesellschaften Menschen gesehen, so wie Thomas Forsbach, den ich nicht nur gesehen, sondern auch gehört und genossen habe, mit seiner Musik, mit seinem Piano, mit seiner Stimme, mit seinem Entertainment. Und ich freue mich riesig, dass er Forsbach jetzt zu Ostern ein Konzert im Maritim geben wird. Das ist sein Haus, in dem er ständig Musik macht. Das letzte Mal habe ich ihn dort im Bellevue oben erleben dürfen, im Rahmen einer Festskala. Und immer wieder bin ich angenehm überrascht, wie schön dezent er die Musik zum Essen, zum begleitenden Essen macht. Aber auch, wie er selbst ständig unterhalten kann, zum Tanz auffordern kann. Leute unterhält im wahrsten und besten Sinne des Wortes. Ich wünsche ihm für dieses Konzert viele, viele Besucher und Besucherinnen. Und wünsche einen wunderschönen Abend. Wenn es möglich ist, werde ich selbst gerne auch da sein. Und diesen Abend mitgenießen im Maritim, im Großen Saal. Einer der schönsten Säle, die wir in Köln haben. Und Thomas Forschbach ist sicherlich auch jemand, der den ganzen Saal packen und begeistern wird. Das wünsche ich ihm. Alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank.